1. Bäckerin Eine Frau ist Bäckerin. Eine Frau, die Kuchen macht, ist Bäckerin. 2. Koch Ein Mann ist Koch. Ein Mann, der in der Küche arbeitet, ist Koch. 3. Schülerin Das Mädchen ist Schülerin. Das Mädchen, das ein Praktikum macht, ist Schülerin. 4. Verkäufer Die Auszubildenden sind Verkäufer Die Auszubildenden, die im Supermarkt arbeiten, sind Verkäufer. 5. Schülerin Die Auszubildenden sind Verkäufer. 6. Schülerin